Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy, Pascal, Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich wieder Leonie. Hallöchen. Und es ist wieder... Ich bin ein Star! Hol mich hier raus! Genau, es ist wieder Dschungelzeit! Endlich, ab morgen geht's los mit der großen Dschungelshow! Genau, aber natürlich nicht in Australien, das geht ja wegen Corona gerade nicht, sondern in Köln. Köln, ja, okay, in Köln, aber ja, ich finde es besser als nichts, ne? Also ich habe mich hier schon als extremer Dschungelfan geoutet, das ist mein absolutes Lieblings-Trash-Format und ich bin froh, dass es überhaupt stattfindet. Mir geht's da ganz genauso, also Dschungelcamp war auch das erste Trash-Format, was ich glaube, ich regelmäßig verfolgt habe. Ich liebe es, das ist einfach dann im Januar, das ist so ein fester Punkt, wo ich mich jedes Jahr so doll drauf freue. Ja, gebe ich dir recht, ich bin froh, dass überhaupt irgendwas kommt, aber ich bin dann doch ein bisschen enttäuscht, aber dazu später mehr. Aber sobald ich diese Melodie höre, bin ich direkt so, ach ja, on fire, dann denke ich mir direkt so, okay, es kann losgehen, es kann losgehen. Das auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht das Gleiche, wenn sie nicht am Lagerfeuer sitzen und es da irgendwie doll regnet, weil es mindestens einmal immer ganz schlimm regnet, dass sie sich alle in diesem Häuschen versammeln müssen und keine Ahnung, keine Schatzkiste suchen und nicht den Standard Dschungelfan. Ja, und der Ranger wird nicht ins Camp kommen, weil mal wieder eine Schlange da ist oder so, das wird alles nicht passieren. Es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Nee, ist auf jeden Fall nicht dasselbe und man kann schon mal sagen, der Star dieses Jahr ist, glaube ich, die Show selber, weil so, also ich glaube, so unspektakulär war der Cast noch nie. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, also als der letzte Woche, glaube ich, wurde der ja veröffentlicht und ich dachte so, wer genau? Genau. Also ich meine, und ich bin ja wirklich sehr Trash- und Reality-TV-affin, aber ja, das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht. Aber es haben viele Potenzial trotzdem, also wir fangen mal vorne an. Also, dann haben wir einmal die Blondine Bea Fiedler, die kennen wir von Temptation Island, Ex on the Beach und der Couple Challenge, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne sie nicht. Nein, nein, Bea Fiedler ist auch nicht die, für die du sie hältst. Bea Fiedler ist die Älteste in der Dschungel-Show und die ist bekannt geworden durch so Erotik-Filmchen und solche Sachen. Ja. Ups. Also, siehst du, ich sag ja, der Cast ist einfach total enttäuschend. You had one job. Okay, gut, hab ich auf jeden Fall dann vercheckt. Wie heißt denn die Blondine? Ach, das ist… Christina Dimitriou. Ja, stimmt. Die meine ich natürlich, stimmt. Bea Fiedler ist die Älteste. Ja, die, die halt keiner kennt. Genau, ich kenne sie auch nicht, die Christina, die kenne ich persönlich jetzt aber leider auch nicht. Ähm, ich habe Tentation Island mit ihr nicht gesehen, ich habe Butter for Ex on the Beach mit ihr gesehen. Und sorry, das war einfach die nervigste und schlimmste Kandidatin in der ganzen Show. Die rastet immer komplett aus, fängt sofort an zu heulen, wegen jeder Scheiße, schreit direkt rum und ist mir einfach von Grund auf unsympathisch. Okay, also könnte sie aber ja schon dann relativ viel Drama sorgen im Camp. Ja, das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so wert ist und jetzt sorgt sie ja auch schon im Voraus für Skandal, also wer es irgendwie nicht mitbekommen hat, sie, keine Ahnung, bieft sich gerade über Instagram mit einer DSDS-Kandidatin und jetzt wird ihr vorgeworfen, dass sie transphob ist. Ich fand auch nicht so geil, was sie geschrieben hat, aber ja, ich mag sie halt generell nicht. Okay, gut, schauen wir mal, wie die so abliefert, okay. Okay, aber die Person habe ich auf jeden Fall richtig rausgesucht, Jamila Rove, ja, ist halt, ja, ein Partyluder, ne, wurde mal bekannt mit einer erfundenen Affäre mit so einem Schweizer Botschafter, dadurch wurde sie halt berühmt. Ja, das ist halt auch so eine aufgespritzte Promi-Lady. Ja, die hat man ja wenigstens auch schon mal ein paar Mal im Fernsehen gesehen, also die ist ja schon irgendwie ewig mit dabei. Ich dachte auch irgendwie, die war schon mal im Dschungelcamp. Habe ich auch gedacht, aber ich glaube nur Tatjana hier, Gsell heißt die doch, die war nochmal drin und halt Kaderlot und ich finde, da kann die noch nicht so richtig mitspielen. Ich finde, die ist schon noch eine Stufe drunter. Auf jeden Fall. Aber sie war auch irgendwie vor gefühlt 30 Jahren mal bei Adam sucht Eva. Ich glaube, das Format gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, wo sie da nackt rumgelaufen ist auf jeden Fall. Das ist alles, was ich über sie weiß, abgesehen von dieser erfundenen Affäre. Und die hat auf jeden Fall Potenzial. Also da bin ich mal gespannt, wie die so drauf ist. Also so eine, glaube ich, könnte auch ein Zuschauerliebling werden. Könnte passieren. Könnte natürlich auch sein, dass sie nur für Stress sorgt und das total ins Gegenteil umschlägt. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Filip Pavlovich. Der war ja irgendwie schon überall. Also Bachelor in Paradise, bei der Bachelorette und auch bei hier Like Me, I'm Famous. Ja, der ist halt, der macht irgendwie alles mit. Ich finde den super langweilig. Ja, also ich finde den okay. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich finde ihn jetzt nicht super schlimm. Ich finde den aber auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, geil, wenigstens einer mit dabei, den man gut findet. Dann haben wir noch hier Frank Fußbräu. Den kenne ich persönlich nur vom Sommerhaus der Stars. Ich auch. Aus der Staffel mit Daniela Büchner. Da war er immer so ein bisschen auch so ein Krawalltyp. Also da, glaube ich, der wird ordentlich mal ausrasten. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich kenne ihn auch nur aus dem Sommerhaus. Und danach war er dann auch super dicke noch mit Jens und Dani Büchner. Aber als ich mich über den informiert habe, habe ich gelesen, dass er ja das Reality-Urgestein wäre. Da dachte ich so, okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also der soll ja irgendwie in den ersten Reality-Formaten überhaupt mitgemacht haben. Ja, hat mir trotzdem nichts gesagt. Ja, der wurde irgendwie als Kind mit seiner Familie in der WDR-Serie die Fußbräu ist bekannt. Oh, wie die Wollnies. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt voll die krasse Beleidigung gerade war von dir, weil ich habe es nie gesehen. Vielleicht sind wir dafür auch einfach zu jung. Ich habe keine Ahnung. Falls es eine Beleidigung war, sorry auf diesem Weg. Sorry, Frank. Dann haben wir als nächstes Lars Töns Feuerborn. Ey, der Name ist aber, also Lars Töns Feuerborn. So, der war ja mit Nikolaus Puschmann zusammen, also der hat Prinz Charming gewonnen. War absolut mein Lieblingspaar, so in letzter Zeit. Die haben sich jetzt mittlerweile getrennt. Und Lars ist auch live gegangen bei Insta, nachdem das bekannt geworden ist, dass er dabei ist. Und da hat er zu seinem Dschungel, zur Teilnahme gesagt. Ich bin ja jemand, wie viele wissen, der auf jeden Fall alles nur für den Fame tut. Und ja, da habe ich mir gedacht, gehst du mal in den Dschungel. Und letztendlich sage ich seit, und das haben heute auch ganz viele meiner engeren Freunde gesagt, seit sieben, acht Jahren, ich will in den beschissenen Dschungel. Ich muss da rein, ich habe richtig Bock, weil ich einfach Bock auf diese, ja, wie soll ich sagen, auf diese Erfahrung habe. Und natürlich habe ich auch richtig Lust, hier Kängeruhoden und sowas zu fressen, macht ja auch Späßchen. Und von daher, ja, habe ich mich dazu entschieden, bin super glücklich, dass ich dabei sein darf. Und ja, freue mich einfach auf diese Erfahrung. Am Anfang, das war natürlich ironisch gemeint, ne? Ja, aber ich finde es trotzdem witzig, dass er genau darauf anspielt, was wahrscheinlich dann immer wieder alle sagen werden. Du willst eh nur berühmt werden. Ja, irgendwie wollen sie es natürlich, sonst würden sie auch nicht an so einer Show teilnehmen, also an Prinz Charming jetzt in dem Fall. Aber auf den freue ich mich auch, weil den finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Und ja, er sagt halt, er hat Bock auf den Dschungel. Wer es halt nicht mitbekommen hat, also dieses Jahr kämpfen die ganzen zwölf Kandidaten insgesamt um das sogenannte goldene Ticket, damit sie dann halt nächstes Jahr ganz, ganz sicher am Dschungelcamp 2022 in Australien teilnehmen können. Genau, und Lars ist auch mein Favorit, muss ich sagen. Ich finde den auch mega sympathisch. Es war noch nie so nach einer Promi-Trennung, dass ich auf beiden Seiten so gleich war. Also ich finde, Nikolas ist total cool und ich mag auch Lars total gern. Ich bin da echt so, ich finde beide richtig gleich gut. Und ich bin einfach mal gespannt, wie der sich zurzeit hat. Oh, da war es bestimmt auch richtig traurig, als die beiden sich getrennt haben, oder? Ja, ich war schon sehr traurig. Aber ja, ich glaube, er wird es auf jeden Fall weit schaffen. Ob er dann das goldene Ticket am Ende gewinnt, weiß ich nicht. Das kommt ja auch auf die Zuschauer an und wer sich da so ein bisschen zum Zuschauerliebling entwickelt. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Genau, dann haben wir noch Lydia Kelowicz von DSDS. In der Show hat man die, kennt man die so ein bisschen, die war mit so einem komischen Outfit in den Casting, mit so Lack und Leder und hat aber dann eigentlich ganz gut gesungen. Die wird, glaube ich, mega nervig und die wird, glaube ich, keiner mögen. Glaube ich auch, die war schon bei DSDS so super anstrengend. Also da habe ich ein paar Folgen mit ihr gesehen und ich glaube, die ist dann vor den Motoshows rausgeflogen. Heißt die überhaupt noch Motoshows? Ich bin da nicht so up to date. Ja, die war halt irgendwie so laut und so, weiß ich auch nicht, so ein bisschen hyperaktiv. Und ich glaube, das wird halt sehr anstrengend mit ihr. Genau, die, ja, das wird, ja, also ich glaube auch, es wird sehr anstrengend. Und Mike Heiter ist auch mit dabei. Da bin ich nur mal gespannt, was er so erzählt über Elena Miras. Die haben sich ja getrennt. Ansonsten ist der jetzt auch nicht so spannend vor der Kamera. Ja, der war halt auch einfach schon in so vielen Reality-Formaten. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch mal im Dschungel landet. Letztes Jahr war es, oder vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr war es Elena. Letztes Jahr? Ja, boah, ich komme schon durcheinander hier. Dieses Jahr ist er es und ich weiß halt nicht, ob die beiden so gut getrennt voneinander funktionieren. Also die waren ja halt so als Paar relativ bekannt, als Love-Island-Pärchen und bla 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 bla. Und jetzt sind sie getrennt und ich weiß halt nicht, ob das so gut für die beiden ist. Aber naja, ich bin gespannt. Vielleicht bin ich auch über, also ich lasse mich überraschen. Ich glaube, die Wissensspiele werden auf jeden Fall seinen Tod. Das glaube ich auch. Das hat man im Sommerhaus ja auch schon gesehen. Genau, dann haben wir noch hier Oliver Sanne, der Ex-Bachelor. Den finde ich auch mega lustig. Den haben wir, glaube ich, zuletzt bei Bachelor in Paradise gesehen, meine ich. War es Kampf der Reality-Stars? War es Kampf der Reality-Stars? Der war ja dabei, ist dann aber relativ früh leider rausgeflogen. Ach stimmt, der ist super früh rausgeflogen, stimmt. Bachelor in Paradise war er aber auch. Und beim Promi-Boxen, den finde ich einfach immer mega lustig. Ich finde, der macht immer so witzige Sprüche. Also ich finde den irgendwie ganz cool. Ich finde den auch total sympathisch. Also auf den freue ich mich auch mit am meisten bei der ganzen Dschungel-Show. Obwohl ich sagen muss, beim Promi-Boxen hat er dann ja irgendwie danach, nach seinem Kampf seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und hat angefangen zu weinen. Und das war so richtig, bitte, nein, hör auf. So ein bisschen, ah, Fremdscham. Ja, richtig. Ja, kann ich verstehen. Naja, auf jeden Fall hat er Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Xenia, Prinzessin von Sachsen. Och, die finde ich auch einfach so langweilig. Ich finde sie auch einfach nur nervig. Die sieht man auch immer mal wieder. Die war auch beim Sommer aus der Stars 2016. Da hat sie auch gewonnen. Och ja, die ist so, oh nee. Nee, nee. Ja, das war auch damals die erste Staffel, die sie gewonnen hat. Und das ist auch alles irgendwie, was ich über sie weiß. Also ich finde die halt einfach total langweilig und auch, ich weiß nicht, interessiert. Also kreiert halt keinen Hahn mehr nach, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist echt so. Also mal gucken, was wir über sie sagen so in den nächsten Tagen. Weil man ist ja auch dann schon mal überrascht so, wie Leute sich dann so im Dschungel präsentieren. Also schauen wir mal. Zum Beispiel ist ja auch Zoe Seib ist ja auch dabei, die wir von GNTM kennen oder auch Kampf der Reality Stars. Und die ist ja immer mega anstrengend. Wir können doch mal ganz kurz reinhören in einen alten Ausschnitt von Kampf der Reality Stars. Da hat sie sich mit Georgina gestritten. Pass mal auf, Maus. Du hast gerade gesagt hier vorne, du hättest Aurélie rausgehauen. Würdest du mir allen Ernstes gerade erzählen, dass du mir sagst, okay, wie gefessig und wie hinterfassig ich bin. Ich habe versucht, sie zu schützen. Und du hast gerade gesagt, du hättest sie rausgewählt, wenn sie jetzt nicht gegangen wäre. Du bist ja von Grund auf respektloseste Mensch, der mir je untergekommen ist. Und ich möchte mit ihr nie wieder ein Wort wechseln. Es ist mir scheißegal, wie viele Probleme ich da die nächsten drei Tage mit dir habe. Sorry, aber mit so einem Menschen rede ich nicht. Die wird einfach die ganze Zeit rumheulen. Ich finde die so anstrengend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also auf die habe ich auch gar keinen Bock. Also klar, es wird Stress geben. Darauf freue ich mich dann schon ein bisschen. Aber ich finde die einfach immer nur anstrengend. Ich glaube, die wird so ein bisschen die Rolle einnehmen von Giselle oder Larissa, die halt immer wieder gewählt wird und die am Ende ist mit ihren Kräften und nur heulen wird. Ja, auf jeden Fall. Und wo auch die Kandidaten sich am Ende wahrscheinlich gegen sie verbünden, weil es gibt ja immer mindestens eine Kandidatin. Also meistens ist es wirklich eine Kandidatin im Camp. Also wenn man so zurückblickt, dann die Büchner, Sarah Knappich, Larissa Marol, Giselle, die dann halt irgendwie so das Camp-Opfer wird so ein bisschen. Genau. Und ich werde jede Sekunde davon genießen. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde es richtig feiern. Ja, ich bin auch absolut gar, also wirklich gar kein Fan von ihr. Und dann noch kurz, der letzte in der Runde ist Sam Dillon. Ach ja, Nachrücker. Den finde ich auch super lustig. Also bei Instagram immer seine Storys mit Raffi. Ich könnte mich immer in eine Ecke schmeißen. Also der hat auf jeden Fall einen hohen, hohen Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, der wird bei den Zuschauern sehr gut ankommen. Ja genau, du hast es gesagt, der ist nachgerückt für Nina Queer, auf die ich mich ja auch eigentlich gefreut habe. Genau. Also wer das nicht mitbekommen hat, sie ist dann irgendwie jetzt kurz vor Showstart nochmal rausgeflogen, weil sie, weiß ich nicht, vor tausend Jahren sich mal irgendwie rassistisch geäußert hätte. Ja genau, vor zwei Jahren war das. Und da hatte sie sich irgendwie mit irgendwem auch im Netz gebieft und hat sich auch im Nachhinein entschuldigt, was sie da für Äußerungen getroffen hat, dass sie so ein bisschen aus einer emotionalen Reaktion einfach passiert ist. Ja, ich glaube, sie wurde homophob angegangen. Genau. Und dann hat sie gesagt, dass man sie als Hitler-Transe irgendwie bezeichnen kann oder so. Und das war jetzt so voll der Aufschrei. Und RTL möchte da, glaube ich, auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Nach Michael Wendler. Oder Xavier Naidoo. Deswegen ist ja auch diese Christina zum Beispiel, wird das auch gerade so kritisiert, was du ja auch gesagt hast, dass sie gegen Transmenschen sich negativ geäußert hat. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich konnte ehrlich gesagt die Entscheidung von RTL nicht so nachvollziehen, weil ich finde nicht, dass man sie mit dem Wendler so in einen Topf werfen kann. Ich finde, das waren komplett andere Geschichten. Mit dem Wendler in einen Topf ist auch schwierig. Also ich finde, der toppt ja auch momentan alles, was man toppen kann irgendwie. Ja, ich glaube, sie wollen halt, wie du sagst, einfach gar kein Risiko mehr eingehen. Die Leute finden jetzt halt überall das Haar in der Suppe, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also mit dieser Christina Dimitriou würde ich auch sagen, ist schon schwierig, was sie da so geschrieben hat. Aber bei Nina, ja, ich weiß nicht, sie wurde ja auch homophob angegangen und sie hat sich ja sogar dann dafür entschuldigt. Es ist zwei oder drei Jahre her, keine Ahnung. Ja, finde ich irgendwie... Also ich finde es schade, dass sie es so entschieden haben. Auf jeden Fall. Aber okay, ist jetzt halt so. Ich kann mit Sam Dillon auch sehr, sehr gut leben. Ja, ich auch. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Mal ganz kurz so zu den Fakten. Also, es wird auch weiterhin Prüfungen geben, haben sie gesagt. Dr. Bob ist auch dabei. Das Ticket gibt es für 2022, wie du gesagt hast, im Dschungel, plus 50.000 Euro. 15 Shows gibt es insgesamt und während der Sendungen gibt es immer wieder Rückblicke zu alten Staffeln und auch Interviews mit alten Kandidaten. Und das Finale ist auch schon am 29. Januar. Genau, also wie eigentlich sonst auch, geht es halt zwei Wochen. Also ist ja sonst auch immer so. Genau, was neu ist, dass auf RTL nach der Show noch ein Quiz ist, was Julian F.M. Stöckel moderiert. Und da sind auch verschiedene Stars eingeladen, jetzt zum Beispiel nach der ersten Show ist Georgina auch mit am Start. Da bin ich zum Beispiel mal gespannt, was sie zum Beispiel auch über Zoe sagt. Ja, ich freue mich auf Georgina. Also egal, wo sie ist, ist es immer irgendwie ein Highlight. Deswegen, ja, eigentlich ist es auch egal, was sie sagt. Hauptsache, sie ist da. Und sonst weiß man eigentlich gar nicht so viel, was da passiert. Also da ist, glaube ich, noch viel geheim, also wie die Prüfungen aussehen sollen. Ich weiß auch nicht, also ob sonst alles ist wie immer. Kann ja eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Also ich habe mir auch schon, ich habe versucht, alles Mögliche rauszufinden. Man weiß ja auch gar nicht, wo die dann wohnen, ob die dann in diesem Studio wohnen. Das ist dann so ähnliches wie bei Promi Big Brother, dass die halt dann, ja, in so einem Kasten quasi wohnen. Oder ob die dann, also man weiß es ja nicht. Es ist ja wirklich dann noch nicht so viel bekannt darüber. Oder wie es ist mit dem Lagerfeuer, obwohl das Lagerfeuer gab es ja letztes Jahr auch schon nicht, aufgrund der Brände in Australien. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich mal gespannt, wie es ist, aber auch so Schatzsuche und so. Also das hat alles ja, wird alles nicht dieses Feeling einfach haben, ne? Auf gar keinen Fall. Und ich muss sagen, dass ich halt generell auch ein bisschen enttäuscht bin. Also ich verstehe auch das Argument, dass man sagt, okay, ja, sie mussten dieses Jahr ja auch ein bisschen niedriger stapeln, damit man das nächstes Jahr dann wieder toppen kann und so. Aber ich finde es halt trotzdem enttäuschend, weil einfach kein richtiges Dschungelcamp stattfinden kann. Und dann auch noch so einen, ja, so einen mehr oder minder bekannten Cast zu nehmen, finde ich halt irgendwie schwierig. Also ich weiß nicht, ob sich RTL damit nicht ins eigene Knie geschossen hat. Also es hieß ja auch im Voraus, dass zum Beispiel Lisha oder André Mangold oder Lukas Kodales am Dschungelcamp teilnehmen sollen. Kann ja auch sein, dass sie dann halt nächstes Jahr safe mit dabei sind und sich für diese Show dann einfach zu schade waren. Aber ich hätte es halt gut gefunden, wenn dann noch, weiß nicht, ein, zwei mehr bekanntere Stars dabei gewesen wären. Ich glaube, dass es so ist. Aber also wenn ich jetzt zum Beispiel Lukas Kodales wäre oder Lisha oder so, würde ich mir glaube ich auch denken so, ich gehe doch nicht in die Show, um darum zu spielen, ob ich reinkomme oder nicht. So wenn, will ich direkt rein. Weil wenn du dann in dieser Show warst, kannst du ja auch dann nicht ins Dschungelcamp irgendwann, also es geht ja nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel Lars nicht gewinnt, kann er ja nicht nächstes Jahr ins Camp gehen. Das wäre ja irgendwie komisch. Und da würde ich auch, ich hätte auch keinen Bock, das dann zu machen, wenn ich jetzt meine, ich bin ein bisschen besserer Promi als jetzt hier. Ja, ich verstehe das ja auch und Lisha hat ja auch indirekt schon irgendwie bestätigt, zumindest munkelt man darüber, dass sie ja nächstes Jahr da wenigstens dabei ist. Aber, also ich verstehe es wie gesagt, ich finde es aber trotzdem einfach schade, weil das so, ja, zwei so, so ein bisschen so dämpfer sind. Ich setze einfach auf Lars und auf Sam und ich würde als dritte Person nochmal Jamila nehmen. Also da würde ich, bei den dreien glaube ich, für die werde ich glaube ich am besten finden. Was würdest du sagen? Ich bin auch definitiv für Lars und auch für Sam und sonst finde ich es halt noch ein bisschen schwierig, also vielleicht Oliver Sanne, aber es kann auch sein, dass der sich dann im Endeffekt als ein bisschen langweilig herausstellen wird. Also ich lasse mich einfach überraschen. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen und das auch täglich und ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht sage ich auch in der Woche, wenn wir dann wieder hier sitzen, boah, voll das geile Konzept, haben die richtig gut gemacht. Wer weiß. Ja, ich bin auch auf jeden Fall für alles offen und freue mich einfach drauf, dass es wieder losgeht. Ja, das auf jeden Fall. Es gehört einfach zum Januar dazu. Genau, zwei Wochen hat man mal wieder endlich was zu tun und wenn ihr noch mehr zum Dschungel wissen wollt, checkt gerne mal okmeg.de aus und folgt uns gerne bei TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest und wo wir noch überall zu finden sind und ich sage vielen Dank Leonie und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grensemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg. F помощью – – – Bis zum nächsten Mal.